So, ich hab jetzt geguckt und ich war mal wieder so beschränkt, so wie man's von mir kennt. Ihr dürft mich dafür hassen, mich jetzt deabonnieren und dann sagen, ja, du bist scheiße, weil du dumm bist. Ja. Ich hab es versucht, aber ich hab's nicht richtig gemacht. Wieso? Ja. Hehehe. Ich hab zu geradlinig gedacht. Ich dachte, ich muss in den Strudel. Aber anstatt mal zu überlegen nach dem Motto, was bringt mir das denn? Nein. Denk ich so dumm. Okay. Oh. Oh. Gott, nee. Das geht aber schnell um. Egal. Ich brauch erstmal das Fass hier. Und damit dürfen wir jetzt offenbar... Oh, nicht springen. Das kann dauern. Nyaaau. Fetzt mich nicht durch. Ich komm nicht durch. Fuck. Nyaaau. Scheiße. Nyaaau. Nyaaau. Fuck, Mann. Das dauert so ewig. Nyaaau. Das sieht aber irgendwie doof aus. Okay. Okay, aber hier wollte ich hin. Äh. Okay. Bats. Huh. Geil. Okay. 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 Hey. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt müssen wir das andere... Ne, Quatsch. Wo will ich hin? Hier will ich hin. Oh Gott, aber ich stelle mich aber auch teilweise echt zu doof wie das Spiel an. Man merkt, ich bin einer, der den Leuten eher auf die Fresse hauen muss. Das ist mein Stil. Und der nicht darüber nachdenkt, wie er demjenigen auf die Fresse haut, sondern der es einfach tut. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Okay, wenn ich auf der unteren Linie bin, dann komme ich gut durch. Äh, ne, Quatsch. Mario, du machst dich schon mal bereit. Ja. Schön so. Fire! Das sieht böse aus. Ich gehe auf Nummer sicher. Vor allem, weil Mario fast down ist. Wie habe ich das denn hingekriegt? So. Hereinspaziert. Ihr seid die Ersten, die bis nach hier oben kommen konnten. Nicht schlecht. Ich verdiene eine Belohnung. Den Tod. Aber in Stehen redet es sich unbequem. Setzt euch doch. Okay. Für heute habe ich ein paar Freundinnen eingeladen. Soll, äh, wen soll ich rufen? Die klingen alle scheiße. Äh, wir nehmen mal Lachgunda. Ein Auge für die wahre Schönheit. Okay. Lachgunda. Man wünscht dich zu sehen. Wünsche es. What's? Ich bin Lachgunda. Auf die Reife von der Arbeit macht es so gewöhnlich. Also, äh, also. Also gibt es, äh, Gästen wohl für... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist das denn? Ralfini, zünd dich an. Oh, das ist ein Gutschaden. Nachher, wenn die Verteilung down ist, ist es sogar wahrscheinlich noch besser. Brenne. Äh. Puhi. Wir können doch keine Mädchen schlagen. Könnte seine Sache. Ich kann nicht springen. Ach so. Ah, okay. Ich muss mich da nur rauswinden. Und die heilt sich dadurch. Oh, ich kriege einen Anfall. Käst du weg. Wie ungehobelt. Fetzte erstmal wieder zurück. Oh, der Bötige. Schaut hier her. Hihi. Perfekti. Äh, was? Okay, sie ist jetzt erstmal los, ihren Stab holen. Okay. Gut. Defensive down. Nochmal anzünden. Und. Ein? Okay, lassen wir das. Die heilt sich dadurch. Okay, sie heilt sich dann durch Feuer. Okay. Dann, ander. Plan B. 19. Gut, aber sie... Ja, super. Feuereilung ist das jetzt. Äh. Oh Gott, was du? Autsch! Okay, die hält jetzt ganz schön was aus. Moment mal, das kriege ich besser hin. Na? Geh weg! Hacke, Brüder! Shit, ich kriege das nie hin. Da ist sie wieder. Senken wir deine Verteidigung doch auch mal ein bisschen. Scheiße! Gritz! Okay, aber sie mag jetzt keinen Donner mehr. Ja! Oh, Grafik lag. Okay, jetzt... Verstehe. Jetzt müsste sie auf Luigi gehen. Nein! Geh weg! Jetzt will sie Luigi knuddeln. Okay, aber jetzt... Das heißt, jetzt nimmt sie wieder Schaden durch Feuer. Okay. Yes! Und wie sie Schaden nimmt. Sehr schön. Okay, muss ich mir merken. Je nachdem, wie ihre Haarfarbe ist... Ähm, ja. Jetzt dreht sie wieder durch. Und... Ja! Super, nicht im Schnee versinken! Das Problem ist, sie heilt sich dadurch. Okay, vielleicht sollte ich erst mal mich um sie kümmern. Geh weg! Wie ungeobelt! Verpiss dich! Okay. Wo kommst du? Wo kommst du? Da! Geh weg! Okay. Jetzt muss ich versuchen, mit Donner wieder Schaden zu machen. Dumm. Das war Fail. Nee, wir machen... Nein! Ach, ich wollte eigentlich keinen normalen Angriff. Egal. Brandschaden. Okay, die ist aber so langsam. Äh, versuchen wir es nochmal. Boah! Okay, da muss ich dann schnell nochmal weh. Aber jetzt... Hacke, Brüder. Boah, da brauchst du echt gutes Timing für dich. Also die... Die Extrasachen sind echt noch ein bisschen tricky für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Extrasachen finde ich noch ein bisschen tricky. So. Okay, aber das macht irgendwie nicht viel Schaden. Machen wir nochmal, Hacke, Brüder. Scheiße. Jetzt geht's wieder... Jetzt geht's wieder los mit... Super! Heißball! Okay, aber das ist ein ziemlich heftiger Fight. Warte mal. Ist ihre Defensive noch unten? Nee, ist sie nicht. Versuchen wir es also. Hat's funktioniert? Nee, ich kriege ihre Defensive nicht runter. Okay. Ach, da ist sie schon wieder. Die geht mir auf die Nerven. Okay. Der Kampf kann sich ganz schön in die Länge ziehen. Oh nein. Die nimmt grad mal einen Schaden dadurch. Ach stimmt, das war ja dumm. Sie heilt sich ja durch Donner. Was mach ich denn da für einen dummen Kram? Jetzt heilt sie sich doch mal um 60. Und auch. Okay, versuchen wir es jetzt mal auf die andere Art und Weise. Okay, die nimmt dadurch kaum Schaden. Um genau zu sein, gar nichts. Ich glaub, ich geh gleich mal mit Blitz auf sie los. Ah, wie ungehobelt! Verpiss dich! Oh, der Batgirl schaut hier her, hihi. Perfekt, hihi. Gut. Jetzt können wir es aber nochmal versuchen, hier sie wieder runter zu kriegen. Jetzt nimmt sie ja durch Blitz wieder Schaden. Aber durch Feuer jetzt nicht mehr. Ich krieg ihre Defensive nicht runter. Okay. Kein Feuerschaden mehr. Shit. Dumm. Geh weg. Nein! Gift! Oh Gott, wie macht die denn Gift? Und wieso nimmt Mario eigentlich den ganzen Schaden? Ich komm nicht unbedingt weiter bei ihr. Nein! Oh, fuck. Okay, Moment. Heilung um ein. Klasse. Ich versuch's mal. Ein. Bringt nichts. Nein! Lass mich doch los, du! Hässlichen Teil. Nicht schon wieder! Geh weg! Okay. Eindeutig. Ich brauch Pilz. Ich brauch Pilz. Äh, Superpilz. So. Geh! Hau ab! Scheiße, komm schon. Wo willst du hin? Willst du auf Luigi? Okay. Halt um zwei. Zehn Gift-Schaden, ey. Oh! Okay, ähm. Frisch Wurz. Wurzen, furzen. Frisch furzen! So. Au, das macht Schaden. Das ist gut. Das macht jetzt Schaden. Das ist gut. Das mag ich. Ich glaub, die andere Tools ist aber echt nur dazu da, um irgendwie zu nerven. Und um zu heilen, weil jetzt mach ich mit der Hand von Mario ja derbsten Schaden. Da. Du kannst von mir jetzt so viel zwinkern, wie du willst. Die kann ich aber gleich wieder anzünden. Damit hab ich ehrlich gesagt kein Problem. Ich zünd dich jetzt auch an. Yes! Gut. Gut. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Da ist er wieder. Oh, der Batik ist... Nee, ich schau gar nicht hierher. Perfekt. Verpiss dich. Wir ignorieren jetzt mal gekonnt die kleine Truse da unten und gehen jetzt erstmal auf den fetten Klops hier. Ja, und dann... Sie kontert dadurch. Wenn wir sie angreifen, kontert sie. Okay. Nimmst du mich Feuerschaden, du Vieh? Eins. Macht aber auch wenig Sinn eigentlich. Geh weg. Au! Scheiße, das war aber jetzt schlecht. Äh. Wie viel Schaden nimmst du, wenn ich mir im Hammer verkloppe? Ein. Nimm immer nur einen. Ich glaub, es geht echt darum, dass ich das große Teil darum verkloppe. Lachgard, oder wie das Ding heißt. Nee, dadurch nimmst du ja keinen Schaden mehr. Oh, fuck. Das wollte ich doch gar nicht. Geh weg. Genau, das ist nämlich Ziel der Sache. Nicht schon wieder knuddeln. Geh mal einen anderen knuddeln. Irgendwie nimmt sie durch Marios Feuer mehr Schaden. Egal. Soll mir recht sein. Jetzt nimmt sie wieder gut durch Feuerschaden. Geh weg. Geh weg, du hässlichen Teil. Nee. Ach, bist doch... Du bist widerlich. Hat ja schon mal jemand einer gesagt. Ach, geh du schon wieder. Du hast auch nicht genug, oder? So. Moment mal. Ich verfolge jetzt mal eine Strategie. Ich werde jetzt gleich nochmal den roten Pfeffer zum Einsatz bringen. So, aber dafür muss ich Mario nochmal voll heilen. Denn der wird jetzt nämlich hier ordentlich auf die Kacke hauen. So. Ha, das kriege ich auch noch so hin. Scheiße. Okay. Ja, die Schaden muss ich jetzt mal einstecken. Äh. Okay, und jetzt? Jetzt mache ich kurz einen Prozess mit dir. Boah. Bäm. In die Luft gejagt. Hä? So werdet ihr nie, meine Freunde. Ihr Wüstlinge. Kusch, geht weg. Ja, richtig. Verpisst die einfach. Ultranüsse. Wewewe. Nya. Heute ist dein Betrieb geschlossen. Nya. Ihr Säcke. Alter, wie geil. Und dann wieder. Ihr Säcke. Alter. Erstmal die ganze Zeit auf ein kleines Creepy-Mädchen. Und dann. Ihr Säcke. Wie geil.